Wir sind jetzt hier an der dritten Location des Berlin-Workouts und hinter mir siehst du den Potsdamer Platz. Der Potsdamer Platz ist einer von 18 Stadttoren ehemals und das ist ein großer Verkehrskonotenpunkt und hier wirst du auch viele Berliner und viele Touristen sehen. Lass uns nicht lange reden, wir schwingen das Seil zum dritten Workout. Du kennst es ja schon, dreimal eine Minute und los geht's. So, in fünf Sekunden geht's schon wieder los und wir schwingen das Seil und erstmal wieder ein bisschen warm werden. So, in fünf Sekunden geht's. So, du siehst, du bist hier voll mit beim Sonnenaufgang dabei in Berlin am Potsdamer Platz. Wir haben es jetzt, oh Gott, 6.20 Uhr und gleich geht's weiter mit der nächsten Runde. Und die nächste Minute. Möhe! Möhe Ci ... Möhe ... Vielen Dank. Ja, du siehst, wenn man Quatsch macht, ist es nicht ganz so einfach. Wir sind gleich bei der dritten Runde, bei dem Berlin-Workout. Dritte Runde, dritte Location und dann geht es weiter. Aber erstmal Konzentration, letzte Runde bei 3-3. Los! 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 Oh, jetzt haben wir ihn. Auf dem Meister passiert es, hängen geblieben, aber es ist nicht weiter wild. Einfach weitermachen. Dritte Location, dritte Station und komm mit zur vierten. Und los geht's.